Ausreißen mit SZ hat ja auch etwas mit etwas herausreißen, also ein Haar zum Beispiel zu tun oder eine Fede aus einem Vogel oder sowas oder etwas aus einer Maschine, ein Teil, was da nicht hingehört oder was kaputt ist. Also etwas mit Gewalt aus seinem Zusammenhang reißen oder man reißt vor etwas aus, zum Beispiel vor etwas Schrecklichem, ein Monster oder so oder vielleicht auch vor der Langeweile. Man kann Ausreißen natürlich auch mit S schreiben, dann gelangt man also in ein anderes Land, wahrscheinlich. Und wenn man all das hinter sich hat, so ist man ausgerissen. Und wenn man dann das eh noch wegnuschelt, also ausgerissen, dann kommt man eventuell aus Bayern und berichtet von einer Reise in ein fernes Land, sagen wir die USA, dass man durchreiste, weil man vor der heimischen Langeweile ausgerissen ist. Und dann macht man das mit 50 Jahre alten Mopeds, weil das ist cool. Und dann kann da auch schon mal der Keilriemen reißen oder auch ausreißen. Ach ja, und dann gibt es auch noch Lederhosen. Und dann kommt also ein Reisefilm heraus, der heißt Ausgerissen in der Lederhose nach Las Vegas. Ich frage mich gerade, wie ich überhaupt auf die Idee kam, diesen dokumentarischen Reisefilm zu schauen. Naja, also ich mag Bayern und ich mag auch den bayerischen Dialekt. Ja, wirklich. Ich mag auch Reisefilme und Roadtrips und ich mag auch die USA. Außerdem ist mein Schwiegervater Motorradfan und bereist mit Zweirädern ebenfalls ganz gern die Welt. Und das ist schon irgendwie beeindruckend und sehr unterhaltsam. Und es ist auch irgendwie eine coole Idee, ausgerechnet mit 40 kmh schnellfahrenden Mopeds von Bayern aus bis nach Las Vegas zu fahren. Drei bis vier Monate haben die beiden Brüder Julian und Thomas plus einem unbekannten Filmteam dafür gebraucht. Gut. Weshalb nun also diese extrem lange Einleitung, die vielleicht auch nicht so viel Sinn gemacht hat? Naja, ganz ehrlich, über den Film gibt es leider nicht so viel zu sagen. Ich fasse das ganz einfach mal mit einem Wort zusammen. Belanglos. Wir sehen die Reisedoku eingebettet in eine Rahmenhandlung in einer bayerischen Dorfspielunke, wo die Brüder einen altmodischen Filmprojektor 16 oder 35 mm oder so aufbauen. Ich frage mich warum, weil heutzutage alles digital und so. Sie bauen also diesen Filmprojektor auf, um den Einheimischen ihre Reiseerlebnisse fortzuführen. Und dabei sind sie auch ganz schön aufgeregt. Und die Einheimischen übertrumpfen sich mit ganz schön dämlichen Kommentaren über den Schmarrn einer solchen Reise. Dann bekommen wir in die Ohren gedrückt, wie cool und mutig das doch aber ist, in die Welt auszureisen. Wieso aber, frage ich mich, in dieser globalisierten Welt. Es gehört doch mittlerweile zum normalen Ton, dass man einmal jährlich ins Flugzeug steigt, um mit Fotos heimzukehren. Oder auch kleinen Videos, die beweisen, dass man an den wichtigsten, ikonischsten Orten dieser Welt gewesen ist. Das Foto dann mit dem eigenen Gesicht vor einem Hintergrund, den man schon Millionen Mal im Fernsehen oder im Internet gesehen hat. Und schon beinahe ganz schön auswendig kennt. Eigentlich muss man da doch gar nicht mehr hin. Bis zur absoluten Langeweile schon von Milliarden anderer Menschen vor einem selbst entdeckt. Man verkommt da doch nur zu einer Nummer unter vielen. Und mehr als ein Gehennen habe ich dafür echt nicht übrig. Das hätte mal den bayerischen Kneipensitzern in diesem Film besser gestanden. Also, dass sie das langweilig finden und darüber gähnen. Die Rahmenhandlung dient also nur dazu, den Jungs die Berechtigung für ihre Reise zuzusprechen und uns Zuschauern klarzumachen, wie toll sie das doch gemacht haben. Und wie wichtig es ist, mal rauszukommen, um die Heimat und das Leben so richtig schätzen zu können. Och, gähn. Sind die Bayern wirklich so gutbürgerlich langweilig und eindimensional? Das ist die wirklich einzige Frage, die ich an diesen Film stelle. Denn auch die Idee mit den Mopeds verliert sich komplett in diesem Film. Außer, dass es lustig aussieht in der halben Minute New York und dass es natürlich jede Menge Pannen gibt, die aber auch keine interessanten Situationen erzeugen, gibt die Moped-Idee diesem Film leider keinen Mehrwert. Wir sehen die typischen Amerikaner. Ein Filmmodozenten, ein Waffennahrer, ein Hells Angel, ein Aussteiger-Hillbilly. Fertig. Sie leiern die ewig gleichen Sätze herunter, die wir von Amerikanern gewöhnt sind. Wir sehen die ewig gleichen Bilder der USA, die sich tief in unser ikonisches Gedächtnis gebrannt haben. New York, der Mississippi, eine Blues-Kneipe, das größte Stick der Welt, die langweilige Route 66, Grand Canyon und natürlich zu guter Letzt Las Vegas. Und dazwischen die Jungs mit halbgaren, philosophischen Kalenderweisheiten. Gäh. Ja klar, Respekt vor dieser Aktion. Das bleibt und somit auch der einzig wirkliche emotionale Moment, wenn die Brüder ihr Ziel dann endlich erreichen und realisieren, dass sie ihren Traum tatsächlich durchgezogen haben. Schulterklopfen, Jungs, ganz echt. Das meine ich wirklich. Und dann trinken sie natürlich das letzte Bier aus der heimischen Provinzbrauerei, das sie all den langen Weg mitgeschleift haben. Prost. Eine an sich gute Idee. Macht eben noch längst keinen guten Film. Das dilettantische Selfmade-Dings, das dank Instagram gerade so angesagt ist, spritzt hier aus allen Poren und gewinnt dem Ganzen eben leider überhaupt nichts ab. Die gesamte Reise wurde ja zeitgleich auch in den sozialen Medien begleitet und die Brüder konnten da schon eine gute Fanbase aufbauen. Das hat ja auch seinen Reiz, jeden Tag so einen Post zu sehen. Aber für eine Auswertung im Kino, wo der Film ja wohl im Sommer 2020 zumindest im Bayern lief, reicht es eben nicht. Um einen guten Film zu machen, muss man auch etwas vom Handwerk verstehen. Wie man Bilder zu einer guten Story montiert und wie man diese Bilder überhaupt erstmal einfängt. Denn auch sowas wie Drohnenflüge in diesem Film ausgerissen, habe ich jetzt nicht so vom Hocker gerissen. Eine Drohne einsetzen macht eben noch keinen guten Effekt, wenn man nicht so richtig weiß, wie man sie bestenfalls einsetzt. Das ist so wie ein Fotoalbum einer Familie ansehen oder im Vergleich dazu eine Fotoausstellung eines Künstlers. Das erste mag man meist nur, wenn man die Leute kennt, denn 90 Prozent der Fotos sind nun ja eben langweilig. Also Fazit. Ausgerissen mit Lederhosen nach Las Vegas ist nur etwas für Fans der Brüder aus Bayern. Ich empfehle euch lieber die Roadmovies Alice in den Städten von Wim Wenders oder Americana, ein relativ unbekannter Film von James Merandino, in dem zwei Jungs mit einer Vespa durch den Westen der USA fahren und der mir Gänsehaut gemacht hat und auch das Land wirklich sichtbar gemacht hat. Untertitelung des ZDF für funk, 2017